Auf ruhig spielen, vielleicht runterspringen Ja, direkt vor uns Half-Life Hab ihn Hier Hab einen raus Ein Medium ist schon mal raus Einer hier bei mir Was? Bei B, okay Auf dem Dach noch Einen runter Hab einen raus Da ist noch ein Pass Da sind noch Minen, ich mach die erstmal kaputt Oh Bro Perfekte Aufklärung Ja, das hat man hier hoch Ja Ja Ich hab die Sniper oben auf dem Ding drauf Auf dem Main-Ding Da wo der immer steht Auf dem Main-Ding? Naja, in dem mittleren Ding halt In dem mittleren Ding halt Ja, da oben Auf der Kuppel Ich hab hier Dings Schön Schön, let's go Richtig schöne Runde Ja, ich weiß nicht, wie nennt man das Ding? Ja, ja Kuppel Kuppel, okay Boah, schöne erste Runde Ja, die Wurfmesser gehen so rein, Junge Wenn man einmal raus hat Ich spiel die jetzt auch Aber das ist halt relativ schnell down Dann musst du halt drauf passen Nö, nö, nö Aber du hast Dropdown Ja, extrem sogar Ey, ich hab gerade auch weit weg geworfen Ey, du musst so viel höher Schaut da Hier, die kommen Sniper raus Hier, oben noch und unten Da oben ist der Stachelträger Bei mir ist der Heavy Führt ihr den da oben? Nice Deil Oben ist ein Leute im Erdenstraß Ah, Junge Hier ist der Stachel übrigens Frem Frem Oh ja Ich muss hier erstmal hinkommen Ganz oben auf der Kuppel ist der Stachel Wo sind Gegner? Äh, bei mir war ein Leid Ich muss sich bloß verstecken Ich seh die ganze Zeit keine Gegner Ich kann sonst Hier unten drin Schön tot Einer noch Hier oben Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn auch gesehen Der ist irgendwo hier im Gebäude Erste Etage Erste Etage Irgendwo Ich hab ihn grad unter mir gehört Irgendwo Ich glaub der gibt hier schon Ja Da ist er Haben wir dich Haben wir dich Driegel Wo bist du? Ich hab ihn Ich hab ihn Ich bin auf der Havanna Oh mein Gott alle verwiffed Egal, schön gespielt Let's go Nice Wir haben den letzten auch, der hätte ja selbst einen rausgeholt, der andere hätte den 100% gehabt. Hier über mir. Hier, die kommen hier. Einer vor mir. Bei A wird, wird auch die Decke aufgesprengt. Hab den, hab den Spike-Träger. Spike down. Ah, ich bin auch tot. Oben drauf. Ist doch bei einer Leiche direkt. Macht oben das Ding auf, den Durchgang. Hier unten ist auch noch einer. Oh, die müssen auch nicht getrennt. Ich hab ihn. Nice. Ein Dach. Oh, die Welt. Ein Dach? Ja. Ja. Nach links weg. Ja. Zwei. Ein Medium ist auch auf dem Dach. Aber fuck der F*** nicht. Ist runtergesprungen. Sniper raus. Nice. Nice. Auch ein Leib, oder? Nein, mir. Ich glaube, ich bin noch auf dem Dach. Hier, unsere Teichel. Ich sagte, der ist runtergesprungen. Scheiße. Nein. Wo, wo, wo? Ja. Ja, im Raum. Ah, schön. Ist tot. Ja. 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 Da ist ja alles im Trümmern. Jo. Gehen wir A oder B? Weiß er nicht. Was sagt ihr? Ich hätte jetzt mal A abgecheckt. Ja. Können wir erstmal auf ruhig spielen. Vielleicht runter springen. Ja. Direkt vor uns. Half-Life. Hab ihn. Gut. Über uns. Auf dem Dach oben. Ja. Ist runtergesprungen. Hinten auf dem Dach. Ja. Ja. Seh ihn. Ich brauche mal einen Schlüssel. Oh. Slipper ist das. Ich brauche einen Push. Ich komme nicht hoch. Fahne zu A. Das ist super. Der Sniper ist nicht kürzelt. Der Sniper ist nicht kürzelt. Hahaha. Ist das noch einer gewesen irgendwo? Oder? Ne. Na Moment. Ich höre hier den Leib. Oh doch. Drop. Hier drop. An der Ecke eben drop. Ich bin beim Bombenraum. Der ist sauber. Ja. Oh. 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 Schön. Äh. Wo? Ich höre doch hier Steps. Das ist so frech hier oben, ne? Bei mir. Ich kann hin. Ich glaube auf der Rollenstreppe, na? Ja. Heavy raus. Ist auch voll dunkel hier. Was? Jo. Hä? Warum ist das so dunkel da oben gewesen? Easy. Zwei. Schöne. Perfekte Runde. Schlitz. Acht. Null. Richtig schöne Runde. War stabil, ja, Mann? Ich habe kaum einen Gegner gesehen. Fast gar nicht. Ja, Sam. Ich habe es zweimal im Gegner gesehen. Ich habe mir geklärt, wovon ich überhaupt drauf konnte, ne? Wurfmesser sind wirklich des Grauens. Wenn man es einmal raus hat, echt wirklich richtig strong. kein Ingenieur. 1. Wie auch republican? 2. 7.